Liebe Leute, was war das für ein Feind in der letzten Folge. Ja, wir sind wieder dabei heute. Aber ich suche eigentlich... oder so. Die können dich nicht ewig schützen, Kumpel. Bezügerst es nur hinaus. Ah, dieser Scheiß-Explosions! Geh mir nicht auf, Nüsse, Mann! Ja, ist gut! Nichts Problem, ich kann nicht auf den Ziel. Da ist Neon. Ja, ich lasse da näher und in Ruhe kommen. Ja, ich lasse da näher und in Ruhe kommen. Jetzt ist er aber sauer, ne? Was will der jetzt von mir? Oioioioioi. Ich stelle das Neon noch Müll, ne? Geiltses, wenn du dann keine Ahnung hast... Geht der mir mittlerweile auf für Nüsse? Hilfe! Das geht mir! Das ist doch nicht wahr! Der Prinz hat mich einfach nieder! Der hat bestimmt jetzt wieder volle Energie. Hat er fast volle Energie, oder? Nein, hat er nicht. Aber okay. Okay. Das war mir fast klar, dass du so eine Aktion, eine Asi-Aktion übrigens mein Freund. Okay. 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 Das sollte ich sein lassen. Der ist jetzt sauer wahrscheinlich. Ja, er hat ja seine Freude um sich rumgesch- ... Adam 1 down. Ah! Ah, Alter. Ich muss eigentlich wieder aufladen. Aus der Lava, Delsen, sofort! Aieieieiei. Boah, Alter. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ja, geht's gut mal! Ich hab genug von dem Viech da. Was für eine Gacke da! Ja, der holt sich natürlich wieder. Ich hab nämlich sehr nix. Ja, ich glaube nicht, dass ich den von hier kriege, oder? Gut, dass er sich nicht heilen kann. Ich muss diese Dinger da besiegen. Boah, ich seh nix. Ich ziehe das Kamera. Der ist down. Auch der Engel ist down. Es fehlt nur noch der Ener, der daneben ist. Den muss ich jetzt gucken, dass ich den jetzt irgendwie organisiert bekomme. Der ist irgendwo da, aber ich seh nicht wo. Haha, wie geil ist das denn? Der ist ein Governor! Das sieht anders. Das ist direkt verfickte Kacke da. Viel hat er ja nicht mehr, aber... Habe ich den? Nee, habe ich nicht. Ich krieg den aber auch nicht da ran, der Nein-Engel. Komm her. Was ist das, ey? Wieso kriege ich den nicht von hier? Das würde mich einfach, dass ich... ...über anders hin muss und dann an Winkel gehen muss. Hahaha. Welche Überraschung. Ha! Ja, Thema ist gegessen. Ich bin tot. Weil der immer wieder seine scheiß Strahlen einsetzen kann. Ich krieg das Vieh nicht da und der geht da... Wie viel hat er denn noch überhaupt? Bestimmt auch immer die Hälfte oder so. Ja, natürlich. Welche Überraschung. Ha! Geh mir nicht auf in Nüsse. Das war immer... ... ... ... ... ... wenn sie mir zu einem punkt dauerhaft geben würde ja geh mir nicht aufhören müsse mit einem scheiß strahl soll sagt ja dachte ich mir das ist doch nicht wahr was ist das du schießt nur ein fisch von dem weg oder das heißt es kommt wer ist damit wir nur den du bist ein feiges die gelte ja ich krieg den ja nie da und ne Geh mir nicht, ey das ist nicht wahr du bist einmal nur sicher komm ich muss das ding versenken damit der Komm ich versenke das ding damit du nicht da nicht dran denken kannst das ist zum kotzen manchmal Ach wie feige komm mit der hängt da rum ich schieße mal kurz im komplett weg Ich hab leider keinen punkt gerade wo ich mich einrenge Ja schieß doch zehnmal auf mich damit ich dann wirklich schmerzen habe Feige feige feiges vieh kleines misting alter 2 5 5 6 6 7 8 11 11 13 15 15 mit einem scheiß strahler es nervt mich einfach gerade so extrem mann hau doch mal ab nervt mich doch nicht da runterfahren das könnte ja zu lange dauern ich habe aber auch keine möglichkeit mich gerade mal komplett zu holen also holen weil der sofort auf die erholungspunkte drauf geht sofort man bist du eine feige ratte alter bist du bist eine so feige kleine ratte man ich krieg das wie ich nicht da und das kraft mich gerade an und dann schießt du noch 20 kugeln hinterher kommen der könnte ja eine mögliche der könnte ja noch kaputt gehau doch mit dem scheiß strahl ab an ich habe keine punkte ich überrasche mich jetzt gar nichts mehr dass du mich jetzt gerade noch mal fahren faktor und ich kann ich war ganz oben aber ich kann mich nicht festzuhalten da muss ich ja wieder runter damit der weiter mit seinem scheiß laser strahler bis den rumba an kann so weiter du bist ein lappen kollege du bist so ein lappen du bist so ein kleiner nervsack die ganze zeit schon du bist so ein lappen kollege du bist so ein kleines Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, ey, geh da mal da! Bleib da mal! Nein, 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 das darf ich nicht mehr so viel Zeit, der hat zwei Zulachen, ungefähr ein Viertel des Leben. Nicht mal mehr! Oh Mann, ich krieg den, ich komm nicht hier oben her! Ne, also ich komm nicht mehr hoch. Der schießt mit seinem Scheiß-Laser-Strahl-Wir, hau mal ab von mir jetzt endlich mal! Ist das lächerlich! Komm, man könnte ja! Hey, du bist eine... Guck mal, wo er hingeht! Er steht dort! Er steht dort! Hätte ich doch Raketen, wäre das super einfach! Jetzt aber... Wir fahren jetzt! Wir fahren jetzt! Vielen Dank.